Wenn ich so klein bin, dann kann das Gewicht schön auf meinen Füßen bleiben. Eine neue Folge von der Fehlerfokus. Kennt ihr die Serie? Typische Fehlerbilder, die ich so als Fahrtechnik-Trainer immer wieder in Kursen erlebe und dann auch korrigiere. Was dann im Idealfall zu einem Aha-Effekt führt. Ja, und das ist ein ganz typischer, die Eiswaffel. Da habe ich eine Eiswaffel, linker Griff, rechter Griff, eine Eiswaffel. Und das kann man den Leuten direkt sagen, oft geht die Eiswaffel kaputt. Das Fehlerbild ist, gerade jetzt im Steilen, wenn man stark runterfährt und man fängt auch an zu bremsen, weil es langsam ist, das ist ein technischer Trail, dann kriegen viele Druck auf den Lenker. Also ein Teil des Körpergewichts, was jetzt noch nicht nur 100% auf den Pedalen steht, kommt hier auf den Lenker drauf. Und abgesehen davon, dass natürlich die Muskulatur dann schneller ermüdet, hast du, der Hauptnachteil ist folgender. Normal will das Rad ja, wenn jetzt die nächsten Wurzeln und so kommen, sich bewegen können, geschmeidig das drüberrollen können. Das funktioniert, wenn man 100% Körpergewicht auf den Pedalen verteilt hat, vor der Ferse ein bisschen hängt, ja, dann kann das Rad sich schon bewegen. Aber wenn man hier Druck kriegt im Steilen, weil es steil ist und man hat Gefälle oder viele sind noch zu groß, haben sich nicht klein genug gemacht oder sind steif in den Armen, anstatt das Rad runterzulassen, ja, dann passiert dann folgendes. Hier kommt Druck drauf, man kann da trotzdem runterfahren, aber man wird viel mehr Passagier und kann da nicht sauber flüssig das Fahren. Gerade bei guten Fahrern sieht man wirklich, wie schön das Rad immer sich unter einem bewegen kann. Man kann gegen die Physik arbeiten oder man kann halt im Flow sein, deswegen möchte ich das nochmal von der Seite zeigen. So, ich möchte euch das nochmal zeigen. Ich fahre mal kurz hier rein, brich jetzt mal kurz hier ab, damit ihr seht, das ist auch wirklich etwas steil hier. Und jetzt ist wieder der Punkt, durch die Steilheit und das Bremsen, weil viele dann mit dem Rad so ein bisschen mitgehen, Passagier werden, kriegen sie hier Druck auf den Lenker. Das kann aber auch eine andere Ursache sein. Manchmal ist die Ferse nicht hinten, unten, sondern es geht so ein bisschen die Ferse hoch, dann kommt Gewicht. Manche sind halt so, ja, man nennt das Bike-Körper-Trennen und das funktioniert bei manchen dann noch nicht so normalerweise. Wenn es runtergeht, dann lässt du dein Rad runter, dein Vorderrad und dein Bike kippt, zack, in die Steilheit und dann ist quasi dein Körper ruhig und dein Rad hat sich so von dir so unten so ein bisschen getrennt. Du hast es so runtergelassen und wenn du aber so eine Einheit mit dem Fahrrad bist und dann gehst du so mit, dann kriegst du auch wieder Druck auf die Hände. Ich fahr es mal vor. Ich würde mir halt wünschen, wenn ihr jetzt die Folge geguckt habt und ihr habt so eine technische Trailstelle zu Hause, steil, technisch, Spitzkehren oder auch generell, wenn es bergab geht, dass ihr mal prüft, ob das funktioniert mit den, ja, mit Heileiswacheln. Wenn ich so klein bin, dann kann das Gewicht schön auf meinen Füßen bleiben. Viele sind dann ein bisschen groß noch mit gerateren Beinen, obwohl schon richtig steil und sie langsam sind, dann geht das Gewicht wieder auf den Lenker. Also zeige ich das, manche Leute stehen dann so groß und dann kriegt man wieder Druck auf den Lenker. Also macht man sich klein und man hat, jetzt damit kein Missverständnis entsteht, ich verlinke auch mal die entsprechenden Videos und in die Videobeschreibung. Das Thema mit dem, muss man hinter den Sattel gehen, was macht das Fahrrad unter einem, da habe ich ein Video dazu gemacht, Fehlerfokus, da habe ich noch ein Video gemacht, oder Mythenmörder, muss ich nochmal gucken. Ein Video gemacht mit den Kurbeln, die müssen ja auch waagerecht bleiben und wenn das Rad so in die Steilheit kippt, müssen die trotzdem waagerecht zur eigentlichen Erde, zur flachen Erde sein. Weil sonst wird man wieder Passagier. Ja, und dann könnt ihr mal selber in den Händen mal fühlen, baut sich hier Druck auf, wenn ihr richtig steile Sachen fahrt. Oder schafft ihr es komplett auf den Füßen zu sein. Danke nochmal an Robin hinter der Kamera, weil wir haben nämlich genau zu dem Thema schon mal zusammen Video gedreht an der Treppe. Könnt ihr schön an der Treppe mal üben, fahrt mal eine Treppe runter und dann spürt es mal. Ich mache es nochmal vor für euch und dann ist genug gesagt und wisst ihr was gemeint ist? Ihr müsst es spüren. Also, auch wenn es sehr steil wird, keine Sorge, ihr habt genug Traktion am Vorderrad. Ihr müsst euch nicht auf den Lenker stützen. Und dann kann man hier schön locker runter fahren. Schön locker runter fahren. So, liebe Leute, ich mache nochmal einmal den Sicherheitsabstieg, zack, zack, folgende Sache. Fehlerfokus. Ich habe in meinen Kursen ganz oft wirklich diesen Aha-Effekt, dass die Teilnehmer sagen, ey, krass, ich hatte wirklich vorher in den Abfahrten, selbst im Mittelgebirge, auch schneller, meine Muskulatur müde. Und ich bin drüber runter gekommen. Aber jetzt geht es ja noch einfacher, weil ich den lastenfreien Lenker, so nennen das manche Trainer. Heavy feet, light hands ist der Ami-Spruch, also heavy feet, schwere Füße, leichte Hände. Ich sage ganz gern hier die Eiswaffel. Das kann man so im Kurs immer gut die Leute fragen, na, was macht deine Eiswaffel? Dann so, oh, die ist wieder kaputt, die habe ich gerade zerdrückt. Und dann können die Leute in diesem Umleerenprozess, dass sie merken, okay, die haben sich halt angewöhnt, halt mit viel Druck am Lenker zu fahren. Dann können sie das halt dann ändern und haben die schöne Bild von der Eiswaffel, die sonst zerdrückt wird. Ja, und dann letzte Bitte an euch, wenn ihr jetzt das Video geschaut habt, wenn ihr dann immer zum nächsten Trail fahrt, Sattel hoch, zack, dann achtet bitte auch mal darauf, dass ihr euer Gewicht auf dem Sattel lasst. Weil viele stützen sich so beim Trail-zu-Trail-Fahren mit Sattel hoch, wenn sie jetzt in der Ebene oder Bergauf fahren oder so, stützen sich so etwas auf den Lenker auf. Da geht die Eiswaffel auch kaputt und die Muskulatur wird müde und man kriegt Verspannungen und wenn man hier einen Knick hat, dann schlafen einem die Finger ein und so weiter. Also, lass den Armlenker leben, lass die Eiswaffel leben. Das war Federfokus-Folge Gewicht am Lenker und Ausnahmen wie Nose-Release oder so gibt es immer mal, aber die Grundregel ist, 100% auf beiden Füßen das Gewicht verteilt, damit man hier schön locker sein kann. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank.